Hallo, der Postbote ist da. Ein Brief für Sie? Bitteschön. Dankeschön. Ah, Miss Grey from McRae. Dear Aunt Grey, again, let me express how grateful we are for all that you've done. I hate to ask for more help, but I believe James may be in grave danger. I'll explain everything once you arrive. Jo. Elizabeth erwartet mich. Sie wird mir verraten können, was hier vor sich geht. Und damit, äh, ist das richtig? Ja. Damit herzlich willkommen zurück bei, bei Schlimm Tales 6. Und, äh, das Grauen nimmt einfach kein Ende. Ja, wir spielen wieder live. Das heißt, wir sind hier momentan hier auf Twitch. Ich hab hier links den Chat so ein bisschen. Äh, wenn es lag, es liegt jetzt an eurer Leitung. Ich hab hier null verworfene Frames. Alles gut. Wir hatten vorhin ein paar technische Schwierigkeiten, aber jetzt ist alles tippitoppi. Und, ähm, ja, im Bonus-Kapitel wird James vermisst. Also, ich weiß nicht von wem. Niemand vermisst irgendeinen der Greys. Aber im Spiel ist das wohl so. Das nennt man dann Fiktion. Da muss man eine sehr gute Fantasie haben. Stell dir einfach vor, er wird vermisst. Du würdest ihn vermissen. Du. Du. So. Okay, ich würde sagen, hier ist die Alte mit dem Zuckelknie. Und sie sieht bekümmert aus. Weil er sie nicht kümmert. Okay, wir haben hier verschiedene blinkende Dinge. Was ist das denn hier für ein Zwerg? Äh. 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 Ach, das ist ja die Olle von der Klippe. Wir erinnern uns. Die, äh, wurde fast runtergeschubst. Die haben wir gerettet. Das Problem ist nur, ich klicke auf den Zwerg und die Alte quatscht mich von der Seite an. Ich wollte auf den Zwerg klicken. Du bist mir egal. Auch wenn ein kleines Wunder hübsch ist. So, egal. Ich fahre mal fort. Okay, was ist denn jetzt hier überhaupt los? Also, okay. Sie hat ein Amulett, das ihr immer Glück gebracht hat. Wenn man das, wenn man das Glück hat, äh, wenn man das Amulett hat, dann hat man auch das Glück. Und wenn man es verliert, hat man ewiges Pech. Und jetzt ist erst ihr passiert, dass sie das Amulett verloren hat und James dann natürlich auch noch. Ist doch klar, ist ja eine Messi-Familie. Die finden so ein Amulett und schieben das in den nächsten Müllhaufen, wo wir es wieder finden müssen. Und außerdem, was ist denn eigentlich mit ihren Brüsten los? Warum pulsieren die so merkwürdig? Alter, die quillen mir immer ins Gesicht und dann ziehen sie sich wieder zurück. Wenn die einen Angriff wagen, dann sollen sie aber agrieren, ne? Alter, ich hoffe, der Grafiker hat kein Geld dafür bekommen, weil das ist ja ein ganz billiger Versuch. Und vor allem, die streichelt, guck mal, die Hand, die streichelt auch die ganze Zeit ihre Brüste. Das finde ich scharf. Ja, ich bin...komisch, macht mich gar nicht geil. Oh, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht so lange auf den pulsierenden Brüsten verbringen. Die alte ist weg. Die reibt sich erst die Brüste und geht dann einfach weg. So sind sie! Damn Girls! So, was haben wir denn hier? Darf ich jetzt auf den Zwerg klicken? Ja, ich freu mich. Wir haben hier fixer Besteck, finden wir hier. Beim Zwerg. Und hier... Sein Korb ist leer. Ich bin mir sicher, dass er Früchte sucht. Ja, der Zwerg sucht Früchte. In deiner Hose. Ist dann so ein halber Porno hier. Erst pulsierende Früchte und jetzt... So! Ähm... Pulsierende Früchte. Brüste. Hab ich Früchte? Ich weiß gar nicht. Was haben wir hier? Augen. In der Höhle ist etwas, aber es ist zu dunkel, um zu erkennen, um was es sich handelt. Es ist ein Uhu. Außerdem ist das keine Höhle, das ist ein Baumloch. Mann. Ist ja unfassbar. Und hier haben wir noch einen Haken. Der Baum hat seinen Arm im Krieg verloren, deswegen hat er jetzt einen Haken. Warum... Okay, der Haken spielt aber offensichtlich keine Rolle, der ist einfach nur da. Okay, können wir noch irgendwas anklicken hier? Ein Gitter mit einem Flamingo. Das Abflussrohr ist boriert. Das Abflussrohr ist blockiert, aber dort ist etwas. Natürlich. Wahrscheinlich James, der vermisst wird im Abflussrohr. Können wir dann nach hinten gehen? Elizabeth wartet... Ach, da hinten ist ja auch so eine Statue. Bis ich den Schlossschlüssel gefunden habe. Das fängt ja gut an. So, die Sache hat doch einen Haken. Ein Piratenbaum. Das ist schön. Das ist ein Baumlöwe. Es ist ganz merkwürdig. Ne, wir gehen nachher noch in diese Höhle hinein. Wir machen eine Höhlenwanderung da rein. Am besten mit der ganzen Schulklasse. Was ist das? Hä? Ich klicke hier hin, der klickt da hin. Hier haben wir noch den Brunnen mit der Platte drin. Und hier haben wir noch... ein Tuch. Am Schloss. Und wir können nicht rein, weil... Elizabeth hat ihre Schlüssel vergessen und sich ausgesperrt. Ich bin mir sicher, dass ich einen Ersatzschlüssel finden kann. Natürlich kannst du einen Ersatzschlüssel finden, der dann sofort verschwindet. Ein Generalschlüssel. Lappen. Selber. Stäbe und Lappen. Das brauche ich jetzt nicht. Okay. Ähm, mit dem Lappen können wir doch bestimmt den Uhu einfangen. Uhu. Oder vielleicht können wir... Nur mal so ein Gedanke. Das brauche ich jetzt nicht. Das klappt nicht. Okay. Ähm. Jaja, ich weiß, ich kann den Zwerg anklicken, aber der will ja nur Obst. Was ist das für eine Zeichnung? Ich sehe da auch schon wieder so ein Minispiel unter dem Zwerg. Ähm. Was können wir denn hier sonst noch machen? Wir sollen hier den Schlossschlüssel finden. Hä? Ich bin verwirrt. Der braucht Obst. Hier oben bräuchten wir vielleicht Licht oder irgendwas. Es ist zu dunkel. Wir bräuchten Licht. Da ist Licht. Wir können das Licht aber nicht mitnehmen. Hier oben haben wir nur die Tür, die verschlossen ist. Die blinkt hier fröhlich vor sich hin. Hier blinkt es fröhlich vor sich hin, wo wir nicht hinkommen. Mit den Stäben vielleicht. Oder können wir mit den Stäben vielleicht die Tür knacken? Natürlich nicht. Elizabeth wartet. So. Mach mit dem Lappen die Laterne sauber. Welche Lampe mit dem Tuch sauber machen? Die ist doch nicht schmutzig. Die sind doch alle sauber. Das brauche ich jetzt nicht. Nee, das geht nicht. Für den Fall, dass wir eine Neonbeleuchtung haben. So eine Stadionbeleuchtung. Ja, ich würde die Licht beim Zwerg. Ach hier. Ach, das ist schmutzig. Die Lampe ist dreckig. Somit leider nicht zu gebrauchen. Ich habe die gar nicht gesehen. Es tut mir leid. Ich reibe mal. Oh, geil. So. Lampe sauber. Zwerg ist alleine. Und jetzt können wir natürlich beim Uhu reinleuchten. Zum Glück war da ein Haken am Baum. So ein Zufall. Okay. Und der Uhu bewacht ganz wertvolle Dinge. Ach schon. Und die kommen einfach ran. Ich dachte wir müssen jetzt erstmal irgendwas... Was ist denn das für ein Hall? Wie tief geht denn die Höhle rein? Alter. Die Eule sieht hungrig aus. Vielleicht möchte sie ein Leckerli. Wir können der auch einfach ins Gesicht boxen und uns die Sachen nehmen. Das wäre vielleicht auch möglich. Ein Leckerli. Schraube. Eidechsen-Schlüssel. Ich glaube... Ne, das ist ja nicht hierfür. Der Eidechsen-Schlüssel. Da sind ja die Eidechsen. Lurch. Mist, das geht nicht. Dann blendet der immer... Okay, ist leider nicht für die Auflösung geschaffen hier. Und Elisabeth ist sofort weg. Quatsch nicht mit uns. Sag nicht danke. Verpiss sich sofort zur Tür. Blöde Kuh. Oh nein. Ich glaube wir haben James gefunden. Das Bonus-Kapitel ist vorbei. Oh nein. Ich glaube wir haben James gefunden. Das Bonus-Kapitel ist vorbei. Was ist denn los mit denen? Und warum sieht der aus wie so ein Drogenkranker Doktor Haus in der Jugend? Unfassbar. So. Etwas Merkwürdiges geht vor sich. Es ist, als wäre ich vom Pech vervoll. Elisabeth scheint zu denken, dass ich das Amulett verloren habe. Aber wenn das wahr ist, was kann ich tun? Vielleicht finden Sie einige Informationen darüber in der Werkstatt. Kann ich auch so pulsieren? Warte mal. Ich bin ja gerade hier unten. Ich bin zu groß. Ich hätte mehr in der Ecke sein müssen. Aus dem flimmert das vom Greenscreen im Hintergrund. Da habe ich das Grün nicht sauber ausgekiht, weil ich die Farben vorher eingestellt habe. Ich habe es nicht gesehen, weil das auf Schwarz geflimmert hat. Kann ich das Mikro vielleicht, wenn ich das mal hier so... Dann ist das mal weg von der Uhr. Die Uhr? Diese Uhr hier. Gehört einem Ureinwohner. Okay, kann ich denn jetzt... Jetzt hört man zwar das P-P-P-P wieder ein bisschen deutlicher. Aber dafür nehme ich ja nicht so viel vom Bild weg gerade. Okay. Ähm... Wir haben... Eine Statuette. Catherine Maxwell. Catherine Maxwell ist eine enge Freundin... ...und Verwandte der McGreys. James Elisabeth und Catherine wuchsen zusammen auf und sind enge Freunde. Trotz familiärer Spannungen waren sie immer loyal. Zu den Sammelobjekten? Ja nö... Okay. Auf dem Tisch haben wir einen leckeren Tee. Und ein Eulenbonbon. Ernsthaft? Ein Eulenbonbon. Eulenbonbon Gut, wir nehmen das Eulenbonbon mit Das ist unfassbar Vielleicht möchte die Eule ein Leckerli Die möchte nicht Ratten oder Mäuse jagen bei Nacht, wie wenn Eulen Hunger haben Nein, die möchte natürlich ein leckeres Sahne-Karamellbonbon Vom guten Eulenbonbon So, Katzen mögen keine Bananen Ich sollte nach richtiger Nahrung Ausschau halten Das ist keine echte Katze Das ist eine Statue, hör auf die Statue zu füttern Da kommt natürlich ein Fisch rein, weil irgendjemand in die Katze ein Loch geschnitten hat So, geschafft Niemand weiß, woher dieses Amulett stammt Aber meistens wurde es von einem Schlossbewohner gefunden Da haben wir eine Brille, da haben wir noch einen Tee Da haben wir noch ein Buch, das wir nicht aufschlagen können Und wir haben eine Katze mit Aussparung, die uns eine Banane geben wird Was ist das denn? Natürlich kommt hier etwas in die Aussparung rein Für diesen Werkzeugkasten brauchen wir erst noch ein Werkzeug Guck mal hier Ich sollte mich beeilen, um Jamis und Elisabeth zu helfen Die Treppe ist natürlich blockiert Was für ein Chaos Ich brauche mehr als brachiale Gewalt, um damit zurecht zu kommen Wer hat denn das Ding hier kaputt geschlagen? Warum ist das kaputt? Das war vorher noch so schön in Heile Amulett sieht vertrauenswürdig aus Hier gehts noch rein... Nein, da gehts nicht Okay, wir gehen mal ganz kurz zur Eule und geben ihr das Eulenbonbon Hier, direkt ins Gesicht Warte, können wir die Augen, so dass die Augen drüber sind So richtig... Hier Eule So, da gehts erstmal in ihre 4000 Quadratmeter Luxushöhle Und wir kriegen... Eine Birne und... Ein Hausamulett Natürlich Das ist aber ein ganz tolles Amulett Wow, das würde ich auch direkt als Amulett um den Hals tragen Weil das einfach so wunderschön ist So ein komischer, unförmiger Klumpen Falsche Früchte Kommen natürlich später hier rein Da brauchen wir die Banane noch von der Katze Jetzt aber erstmal... Das wunderschöne Amulett hier rein Und wir kriegen eine Glühbirne Und einen... Tacker? Nein Ein Wagenheberteil Natürlich, irgendjemand hat den Wagenheber wieder zerlegt Ich weiß nicht warum In diesem Haushalt wird alles immer zerlegt und versteckt und verteilt Und ich weiß auch nicht was da los ist Eine Glühbirne Wer denn das? Wie sind wir denn jetzt hier reingekommen? Ich habe keine Ahnung Ja, so Wir haben auf jeden Fall Wir haben auf jeden Fall wieder ein Wimmelbild, Freunde Und äh, gut Den Gürtel haben wir direkt gefunden Handstatuette Ist das hier eine Statuette? Nein, das hier ist ja keine Ähm, das hier Was ist denn hier die Statuette? Libelle und Uhr? 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 Ähm... Eine Uhr Bild über der Treppe ist das Chamäleumobjekt Ach, hier ist die Uhr übrigens Bild über der Treppe ist das Chamäleumobjekt Ach, da muss ich nochmal kurz gucken Ähm, Fächer und Hut Mist, den Hut hab ich schon gesehen Da ist der Hut Das hier ist nicht der Fächer Feder, Horn, Becher Feder, Horn, Becher Das war die Feder Horn, Becher Horn, Becher, Horn, Becher, Horn, Becher, Horn, Becher, Horn, Becher, Horn, Becher, Horn, Becher Das macht echt Spaß. Vielen Dank übrigens fürs Dabeisein und ähm, das macht echt viel mehr Spaß, als hier alleine diesen ganzen Scheiß suchen zu müssen. Ähm, Libelle. Ist das eine Libelle? Eigentlich war das überhaupt keine Libelle, das war einfach nur irgendein hässliches Viech. Ähm, Rumba-Rassel. Was soll ich mit der... Ach da, Rumba-Rassel. So, Triangel haben wir hier, dazu brauchen wir aber noch einen Klöppel. Wenn ich die Triangel mit einem normalen Stock anschlage, ist der Ton einfach nicht richtig. Dann schlag die doch mit deinem Kopf an. So, Horn links bei der Lampe. Ist das ein... Das sind glaube ich nicht die Hörner, ne? Ne. Sonst sehe ich hier auch kein Horn. Momentan Stiefel, hat man Stiefel? Nein. Hand-Rumba-Rasseln. Ach, die Rumba-Rasseln müssen wir noch wegräumen. Okay. Ähm, ist das hier... Das ist der Stab, ne? Der beste Manor-Orchester ist immer der an einer Triangel, der alle zwei Minuten immer so. Wie oft hört man bei einer Band...ОD JETZT Triangel-Solo. Ding, 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 ding. Kannst den ja gar nicht. Das ist ja nur ein Ton. Ding, 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 ding. Voll langweilig. So. Aber nichts desto Trotz wichtig. So, Hand, Horn, Becher! Die Hand ist im Koffer. Hört sich voll schräg an, aber da ist tatsächlich die Hand im Koffer. So, Horn und Becher... Da kenn ich ein cooles Lied. Das Horn, das Horn, und jetzt von vorn, das Horn, das Horn, und jetzt von vorn, das Horn, das Horn, und jetzt von vorn, das Horn, das Horn, und jetzt von vorn. Da kommt man aber nie in den Text merken. Äh, Horn und Becher? Ich schiele nach links. Horn über dem Teddy im Regal? Tatsache, ein Trinkhorn ist es. Und ein Becher, 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 Becher. Ich versuch's grad noch mal selber, aber ich glaub, ich dachte immer das hier, aber das könnte auch ein Armreif sein. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ein Becher. Ein Becher. Becher. Becher ist das. Trinkhorn, oberes Fach. Ich guck jetzt nicht links. Nein, nein, nein. Becher im Koffer. Mit. Das war ein Becher? Oh, wir kriegen einen Hut. Wow, mit dem hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber wir kriegen einen Hut. Ähm... Und die Musik wurde bedrohlich. Wir haben einen Hut. Warum ist die Musik so übertrieben? Oh nein. Die Apokalypse. Hier ist ein Fußabdruck. Warum liegt da ein Fußabdruck? Wir können nicht ermitteln. Oh, was ist das denn? Ach, das ist ja unser Buch. Stimmt ja. Und es gibt noch andere Maps. Na, ich freu mich. Ja, Tagebuch? Das Tagebuch. Die McGreys benötigen erneut Hilfe. Der Br... Der Br... Der Brief, den ich erhalten habe, ergab nicht viel Sinn. Aber nachdem ich mit Elisabeth gesprochen habe, verstand ich es. James befand sich aufgrund eines verfluchten Amuletts in Gefahr. Zuerst bringt es Glück. Aber wenn man es verliert, und man verliert es immer, bringt es Unglück. Die Spekulatios über das Amulett bewahrheiten sich. James hat ein ähnliches Amulett gefunden und verloren. Er erwähnte einige Dokumente, die sich im Arbeitszimmer befinden könnten. Ich dachte, in der Werkstatt? Da stand doch gerade noch eine Werkstatt, jetzt auf einmal im Arbeitszimmer. Nun weiß ich, wie dieses ominöse Amulett aussieht. Ich weiß genau, wonach ich suchen muss, und ich bin mal ganz ehrlich. Also, verzeih mir, wenn ich mich irre. Ich geh mal ganz kurz... Komm ich hier raus? Da. Verzeih mir, wenn ich mich irre. Aber sieht das wie ein Amulett aus, das Glück bringt? Ist das ein Glücks-Amulett? Wer tut sich denn so was freiwillig um den Hals? Wer trägt denn freiwillig so was hier? Das sieht aus wie Sachen, die sich Metaller an die Jeansjacke nähen. Also, ich... ja, keine Ahnung. So, ähm, wir haben verschiedene Optionen. Nämlich eine Schraube. Ach, ein Gartenzwerghut. Ich verstehe. Was passiert denn, wenn wir ihm jetzt den Hut aufsetzen? Da hat er ja einen Hut auf. Wir kriegen einen Fisch vom Gartenzwerg. Natürlich, wo sollten wir sonst einen Fisch kriegen, wenn nicht vom Gartenzwerg? Und das Tolle ist, mit diesem Fisch... Huch! Ich will doch zur Katze. Achso, mach zu. Mit diesem Fisch können wir jetzt... die Banane freischalten, mit dem wir dann wiederum zum Gartenzwerg müssen, von dem wir gerade kommen. Ist voll das Achievement. So, pass auf. Ich setz das mal rein hier. Und wir kriegen... Ich dachte, jetzt kommt ein Minigame. Wagenheber Teil 2. Geil. Hat uns jetzt erstmal überhaupt nichts gebracht. Wir haben den Zwerg freigeschaltet. Wir können da nicht mehr draufklicken. Hat uns überhaupt nichts gebracht, letzten Endes. Wir haben eine Schraube. Beim Uhu können wir nicht mehr gucken. Hier brauchen wir noch einen Flamingo. Das ist der Bruder vom Flaming Stop. Flaming stop. Flaming go und Flaming stop. Das ist so ein Beleidigungsaufruf. Ähm... Hier soll noch was drin sein? Ein U? In der verschlossenen Schublade scheint sich etwas zu befinden... Wie geht denn das rein perspektivisch? Ich meine, das Ding hier ist leer und hier ist noch eine Schublade auf der Hälfte. Ist wahrscheinlich ein Zauberkoffer. Ich kenn mich da nicht aus. Jetzt läuft es perfekt. Ja, ich hab auch 0 Framedrops. Es läuft! Jetzt läuft! Alter, jetzt läuft! Okay. Super. Haben wir das hingekriegt? Hier fliegt wieder so eine Fliege rum. So eine Eintagsfliege. Du bist morgen tot! So.